Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von diesem 3 und unserer Meister-Deep-Challenge. Ja, ich finde es klasse, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Anna Banana ist hier in ihrem Bettchen und schläft und schlummernd. Und wie ihr seht, hat sie die Energie auch schon richtig, richtig krass aufgeladen. Ich würde sagen, heute werden wir noch gemeiner und noch listiger, um noch mehr Gegenstände zu stehlen. Beim letzten Mal haben wir diese Möbel hier gestohlen, nämlich die beiden Sessel. Und wir haben eine Toilette bekommen und ein Waschbecken, Leute. Ein Waschbecken, Leute. Und heute, liebe Leute, will ich noch dreister und noch gemeiner sein. Ich nehme mir vor, noch gemeiner zu sein. Und zwar möchte ich mitten in der Nacht, Leute, hier drüben einfach mal diesen Haushalt besuchen gehen. Ich glaube, dass das richtig, richtig gemein und frech ist. Aber das ist diese komplette Challenge. Wir müssen unsere Nachbarn einfach ausnutzen. Jetzt beeil dich nochmal ein bisschen, süße kleine Maus. Wir müssen uns sputen, denn du hast ja auch Hunger. Und ich glaube, dass in dem Haus drüben ein Kühlschrank auf dich wartet. Ja, oh, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Da ist er, da ist er. Ins Haus eingeladen werden. Ja, oh mein Gott, das ist sehr gut. Um das um 3 Uhr morgens. Sul, Sul, hallo. Wir dürfen rein. Dankeschön. Geh schlafen, Schatz. Können wir hier schnell was essen? Zum Beispiel einen Joghurt. Sind wir so befreundet, dass wir ihn nochmal fragen können, ob wir gegebenenfalls bei ihm schlafen können? Oder hat sich das jetzt erledigt? Wir sind noch nicht krass genug befreundet, um das zu machen, aber hey, die pennen jetzt sowieso. Dann iss mal, genau. Füll das ordentlich auf. Und dann versuchen wir hier die Badewanne zu klauen. Komm, lass das mal ausprobieren. Moment, 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 Moment. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte die Badewanne, die Badewanne. Girl, die Badewanne. Nein, noch nicht das. Ja, die Badewanne. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sie hat eine Lampe geklaut. Wow. Okay, nochmal, die Badewanne. Die Badewanne. Nicht den Spiegel. Wir haben schon, okay, gut. Wir versuchen es als letztes Mal. Bitte, bitte die Badewanne. Nicht die Toilette, nicht die Toilette. Okay, er hat zumindest einen Spiegel. Ja, ist okay, das ist in Ordnung. Ich glaube, wir können heute nichts mehr mitgehen lassen. Alles klaro, können wir noch mal eine Mahlzeit uns nehmen? Vielleicht so ein Brot mit Marmelade. Wir schnorren uns das mal. Wir müssen was essen, Leute. Guckt mal bitte auf unseren Hunger hier. Aber wir hätten vielleicht doch eher den Kühlschrank klauen sollen, oder? Ich meine, das Bad ist halt leer jetzt, ne? Wird dann witzig, wenn sie morgens auf Toilette gehen wollen und dann haben sie kein Waschbecken und keinen Spiegel. Ist mal auf, süßer Schatz. Ich denke, dass wir da noch mal rüber gehen und wir tatsächlich uns noch mal hinlegen. Ich weiß, die Energie sieht gut aus. Wann müssen wir arbeiten? Um 10 erst. Wir müssen auch gucken, dass wir uns mit den Nachbarn weiterhin gutstellen. Sag mal, habe ich hier schon wieder Rechnung? Habe ich hier Rechnung? Ich habe tatsächlich Rechnung. 59 Simoleons kostet dieser Laden. Wow! Okay, die Rechnung bezahlen wir dann am nächsten Morgen. Wir haben 373 Simoleons. Ah, wir haben das erste Gehalt bekommen. Alles klar, alles klar, alles klar. Und dann müssen wir noch mal die Wettervorhersage lesen. Ich hatte im letzten Part ja diesen Wunsch angepinnt mit dem Wetterprüfen. Aber mir war nicht ganz klar, dass ich das nicht am Handy machen kann. Das Spiel ist ja von 2009, glaube ich. Äh, da hat man auch Zeitung gelesen, Leute. Und, was ich gerade gesehen habe, das ist vielleicht ein guter Punkt, wir müssen unsere Athletikfähigkeit ausbauen. Vielleicht machen wir das sogar. Lass mal gucken. Gibt es hier nicht auch ein Fitnessstudio? Hier drüben gibt es ein Fitnessstudio. Äh, dann lass uns mal die Sporthalle besuchen. Genau, mach das mal, nachdem du das gelesen hast. Alles klar, danke schön. Wir haben es verstanden. Gut. Hm, was ist das hier? Listiges Licht zurückgeben. Nein, wir wollen nichts zurückgeben. Hallo? Wir düsen ab ins Fitnessstudio, um unsere Muskeln zu stählen. Okay, okay. Sind die Sachen oben? Ah, die sind oben. Sehr gut. Dann lass uns mal auf die Tretmühle hier gehen. Und ein bisschen... Was? Ich muss zur Arbeit? Oh mein Gott, es ist gleich 10 Uhr. Ich habe verpasst, dass wir zur Arbeit müssen, Leute. Na gut, okay. Dann schleien wir uns beim Anführer nochmal ein. Dann gehen wir danach aber auf jeden Fall zum Training. Äh, okay, geh mal bitte arbeiten, genau. Oh, schwerer Raub. Unterstütze die Gangster am Ort des Verbrechens, bevor die Zeit abläuft, um dein Konto aufzubessern. Die Gang plant derzeit einen Coup, aber sie könnten noch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Begib dich schnell zum Ort des Verbrechens, Forschungsanstalt, und greif ihn unter die Arme. Wenn du dich beeilst, ist ein hübsches Sümmchen für dich drin. Ähm, alles klar, das machen wir auf jeden Fall direkt danach. Okay, 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 wir haben 98 Simoyons nur verdient. Hä, okay, das ist aber ganz schön wenig. Ähm, wie sieht denn die Arbeitsleistung aus? Ähm, aber die Arbeitsleistung sieht ganz gut aus, weil wir uns wahrscheinlich eingeschleimt haben. Alles klar, wir helfen bei den Verbrechen hier im Forschungszentrum. Dann mach das mal, süßer Schatz. Oh, du stinkst wie die Wutz. Wir müssen dann auf jeden Fall, wenn wir hier fertig sind, müssen wir auf jeden Fall ins Sportzentrum und müssen dort duschen. Alles klar, wir haben geholfen. Und wir müssen die Gelegenheit abschließen, wenn wir dann zur Arbeit gehen. Manchmal ist das so, dass wenn wir diese Gelegenheiten bekommen und annehmen, dass wir danach zur Arbeit müssen, um den Auftrag sozusagen abzuschließen. Ah, wir haben frei jetzt zwei Tage. Oh, das ist ja ätzend. Vielleicht können wir ja freiwillig arbeiten gehen. Ich schaue nachher gleich mal. Okay, bevor du Sport machst, süße Maus, äh, haben wir hier Geschlechtertrennung? Äh, haben wir nicht, alles klar. Dann, äh, geh dich bitte duschen und geh auf Toilette und putze die Zähne. Und dann kannst du mit der süßen Maus hier, wer ist denn das? Flo Braun, alles klar. Dann lass uns mal mit Flo Braun zusammen. Oh mein Gott. Hier richtig, äh, abhotten. Was da los? Alles klar, Ro, perfekt. Ähm, und wir machen das, bis wir einen Anstieg der Adelikfähigkeit trainiert haben. Alles klar, genau. Das machen wir jetzt mal. Komm schon, Girl, du schaffst es. Ihr Outfit ist halt auch mega nice, ne? Ja, Girl. Sind hier nur Frauen in dem Fitnesscenter? Kann das sein? Ah, hier unten sind auch Männer. Nee, ist auch nur eine Frau. Hä? Wo sind die Männer in dieser Stadt? Du schaffst es, du hast es gleich geschafft. Ich weiß, Hygiene geht runter und alles. Aber du hast es gleich geschafft, dann ist deine Adelikfähigkeit auch gut. Oh ja, geschafft. Es sieht schon besser aus. Ich glaube, dann können wir befördert werden. Äh, wir können doch hier... Können wir hier nichts klauen? Wir können hier nichts klauen, oder? Warum können wir hier nichts klauen? Wir können hier nichts stehlen. Okay, ich habe gedacht, dass wir was stehlen können. Okay, dann geht es leider nicht. Schade. Okay, Frau. Äh, nee. Bevor du nach Hause gehst, versuch nochmal hier bei dem Crosby-Haushalt anzuklopfen. Wir brauchen was zu essen. Oder wir klauen jetzt doch die Badewanne. Es ist ja fast nichts mehr im Bad. Hehehehehe. Hallo. Okay, nice. Ähm, dann geh mal hier hin und bitte, 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 versuch die Badewanne zu stehen. Wir brauchen die Badewanne, Girl. Nein. Oh Gott, sie nimmt die Toilette mit. Gehe ich davon aus, oder? Sie klaut die Toilette. Ach Gottchen. Okay. Ja, okay, dann mach das hier nochmal. Aber jetzt ja wohl die Badewanne, korrekt? Ja, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Und können wir es riskieren, hier jetzt auch den Kühlschrank versuchen zu klauen? Ich weiß nicht, wohin sie geht, ne? Das ist kompletter Zufall auch, was sie nimmt. Also, ich kann das nicht steuern. Oh mein Gott, wohin geht sie? Wohin geht sie? Nimm was Teures, nimm was Teures. Äh. Oh, die Bank. Wie geil. Okay, ciao. Wir müssen nach Hause, Leute. Oh mein Gott, wir räumen das ganze Haus aus. Ich hoffe, dass die nicht die Polizei rufen, weil ich glaube, in Sims 3 kann man auch verhaftet werden. Kann das sein? Okay, wir schauen uns an, wir schauen uns an, was wir gemopst haben, liebe Leute. Wir haben eine weitere Lampe gemopst. Das passt doch wunderbar. Die können wir hier nämlich mit hinhängen. Wir haben einen Spiegel gemopst. Oh, perfekt, der passt da hin. Wir haben eine Badewanne gemopst. Moment, so rum kommt die, glaube ich. Die können wir dorthin stellen. Äh, was ist das? Was ist das? Ah, das haben wir geklaut. Kann das sein? Dass wir das geklaut haben von, ähm, aus, aus, von dem Auftrag, von dem Auftrag. Okay, okay, okay. Dann, äh, Moment, 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 Moment. Äh, ich würde sagen, wir machen hier das Wohnzimmer hin. Mit den beiden Sesseln. Okay, perfekt. Dann können wir das hier nämlich drüber machen. Dann haben wir hier nämlich das gleiche Design für komplett alles. Die Frage ist jetzt, Leute. Das, das frage ich euch jetzt. Ähm, warte mal. Was hat das für einen Wert? 400 Simoleons und das 390. Ich würde sagen, dass wir das, was den kleineren Wert hat, dass wir das verkaufen dürfen. Zum Beispiel, das dürfen wir nehmen. Und das hat einen Gehirn im Wert. Und das verkaufen wir. Hallo. Oh mein Gott. Danke. Dann können wir das auch verkaufen. Weil, ähm, das ist nur fair, dass wir wirklich das Haus so einrichten. Also, dass wir nix doppelt haben. Das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich die ersten Möbel auch schon bei uns. Es macht sich auf jeden Fall. Und durch das Design-Tool können wir die Möbel halt auch alle anpassen, individuell. Das ist richtig nice. Okay. Girl, was willst du machen? Du willst joggen gehen? Alles klar, das können wir morgen machen. Jetzt gehst du erstmal ins Bett, süße Maus. Und das heißt nämlich auch, dass wir hier dann auch ein eigenes Bad haben. Und es wird komplett eingerichtet. Das ist so cool. Sehr, sehr cool. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, spulen wir dann auch direkt mal vor. Oh. Was ist das für ein Geräusch? Moment. Oh mein Gott. Nein. No way, Leute. No way. Oh mein Gott. Aufstehen, 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 aufstehen. Äh, oh mein Gott. Was kann ich machen? Was kann ich machen? Kann ich die Polizei rufen? Kann ich die Polizei rufen? Äh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo mache ich das, Polizei rufen? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott, er klaut unser Sofa zurück. Komm schon, komm schon, komm schon. Er fährt mit dem Taxi weg. Oh no. Wie gewonnen. So zerronnen, Leute. Das ist das Karma. Oh no. Oh no, oh no, oh no. Die konnten, glaube ich, nichts machen, kann das sein. Mir ist egal, was die anderen denken. Ich finde dich heiß. Der Einbrecher konnte wohl leider entkommen, aber das nächste Mal kriegen wir ihn. Willst du mich eigentlich rollen? Nancy Glow, oder wie sie hieß, will sie mich eigentlich rollen? Haben wir sie jetzt hier irgendwo drin gehabt? Oh mein Gott, wir haben 500. 500, warte mal ganz kurz. Ganz kurz. 5, du solltest nicht so mit dem Telefon spielen. Dafür brummen wir dir eine Strafe in Höhe von 500 Simoleons auf. Will sie mich eigentlich rollen? Oh mein Gott. Sie, sie verarscht uns doch. Leute, what? Das ist nicht ihr, na Leute, das ist ein Bug. Das ist doch ein Bug, die kam noch mal wieder. Leute, die kam noch mal wieder. Die veralbert uns doch. Ist das ihr Ernst? Ernst? Sie hat uns unser ganzes Geld abgezockt. Das ist doch, das ist doch verbuggt, Leute. Oh Mann. Oh. What? Die kommt ja noch mal. Du solltest nicht so mit dem Telefon. Das ist doch aber jetzt verbuggt. Das ist doch jetzt aber verbuggt. Dass sie immer wieder kommt, oder? Das ist doch furchtbar. Oh nein, unsere Couch ist weg. Hä? Die Polizei kommt noch mal. Warum kommt die Polizei noch mal? Was ist da los? Oh. Ja, ich krieg auch gleich Hunger, du. Aggressiven Hunger. Will sie mich eigentlich rollen? Ist das die gleiche? Warte, ist das die gleiche? Das ist ein anderer Polizist. Kann das sein, dass das alles andere Polizisten waren? Hä? Äh, ja, ich... Hä? Was? Nein! Was? Das ist nicht sein Ernst, Leute. Das ist nicht sein Ernst. Hör auf damit. Ist das sein Ernst, Leute? Was ist da los? Oh, ich rufe nie wieder die Polizei. Ich sag's euch. Ich rufe nie wieder die Polizei. Wie hoch ist die... Wie korrupt ist die Polizei, bitte? Ich bin einfach seelisch und moralisch am Ende. Okay, Leute, ich muss dir hier einen kleinen Cut setzen. Ähm, die Polizei kam immer, immer, immer wieder und hat immer wieder Möbel geklaut. Ich glaub, dass das ein kleiner Bug war. Ähm, ich glaub, ich hab ihn gefixt. Ich hab natürlich alles so nachgestellt, wie es auch eigentlich sein sollte. Ich bin... Ich bin einfach fertig. Ich bin einfach fertig. Ich kann nicht mehr. Das Karma bestraft uns so dermaßen. Das Karma bestraft uns einfach. Es... Es ist nicht... Es ist einfach wild. Ich... Ich kann nicht mehr. Ich bin wirklich... Äh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Können wir jetzt zumindest... Äh, wir können jetzt auch nichts mehr klauen, ne? Aber können wir jetzt zumindest... Keine Ahnung. Vielleicht ein Müsli essen oder so? Lasst mich was essen, bitte, Leute. Okay? Das wäre super, super lieb. Ich weiß... Ihr habt nicht mal ein Klo mehr. Aber zumindest können unsere Nachbarn nicht mehr nachweisen, dass wir in irgendeiner Form, äh, was gemobst haben. Äh, hohen Beitrag schnorren. Das können wir versuchen. Äh, Moment, 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 Moment. Und, äh, und Essen schnorren. Komm schon! Gib uns Geld. Gib uns Geld. Wir wurden ausgeraubt. Junge. Danke, Odin. Das ist so lieb von dir. 41 Simoyons. Ich meine, im Grunde, das ist, äh, wichtig. Oh. Er hat nichts... Warte mal, er gibt uns Geld, aber er kann uns nichts zu essen geben. Wild. Okay, kein Thema, kein Thema, kein Thema. Ich würde sagen... Mh... Können wir nicht auch hierhin joggen? Ah, ne, da wohnte der Polizist. Da wollen wir nicht hin. Nein. Äh, aber du kannst doch, äh, kannst du nicht hierhin joggen? Geh mal bitte weg. Genau, hierhin joggen. Weil, dann kannst du deinen einen Wunsch erfüllen. Und du gehst zu deinen Freunden und kannst da auch nochmal vielleicht ein bisschen Geld schnorren. Das wäre irgendwie ganz wichtig. Unsere Couch wurde geklaut. Unsere Badewanne wurde geklaut. Äh, wir hatten fast kein Geld mehr. Es ist so verhext gewesen. Unglaublich. Unglaublich. Alles klaro. Dann versuch mal, den Ivanov-Haushalt zu besuchen. Ich hoffe, dass jemand zu Hause ist. Ich höre auf jeden Fall das Kind. Vielleicht können wir uns mit den anderen Mädels anfreunden, die im Haushalt leben. Okay, da sehe ich auf jeden Fall das Baby krabbeln. Alles klar. Hallo, Juri, du süße Maus. Das ist so nett, dass du da bist. Hallo. Oh mein Gott, wir müssen ihn davon erzählen. Wir müssen ihm von unserem Tag erzählen. Moment, wo haben wir das? Kontakte knüpfen? Äh, Juri hat was Wichtiges zu tun. Will er mich rollen eigentlich? Nach Geldmitteln fragen. Können wir hier bitte, warte mal, können wir hier mal bitte alle Lichter anmachen? Es ist so dunkel in dieser Hütte. Äh, die Familie von uns verfügt zur Zeit über 500 Semolions. Mehr haben die nicht. Dann will ich was schnorren. Komm schon, gib mir Geld. Bitte, Boy, gib mir Geld. Gib mir Geld. Wir hatten gerade den Wunsch, hier was zu schnorren. Ich habe es gerade angetickert. Sehr, 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 sehr gut. Gehe davon aus, dass wir hier auch nichts mobsen können, weil es noch nicht dunkel ist. Alles klaro. Äh, haben wir irgendwelche Bedürfnisse, die wir erfüllen müssen? Hunger und Harndrang. Oh mein Gott, hier haben wir ja das Klo geklaut. Hier können wir ja gar nicht. Hey, aber wir können uns zumindest was zu essen mobsen. Okay, ähm, ich würde sagen... Wartet, 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 wartet. Über Geld sorgen. Das können wir mal machen. Wir drücken auf die Tränendrüse. Wir sagen, wir sorgen uns. Geringen Betrag schnorren können wir dann auch nochmal. Und wir können nochmal nach Essen fragen. Wir brauchen Essen. Juri, bitte gib uns was zu essen. Ja. Juri ist einfach ein Ehrenmann, Leute. Juri ist der Ehrenmann. Okay, ähm, wir haben heute zwar frei, aber kann ich mal schauen, ob wir trotzdem zur Arbeit gehen können. Wir könnten Überstunden machen, drei Stück. Und dann können wir die Aufgabe unten erfüllen. Lass uns das mal machen, nachdem wir gegessen haben. Was essen wir da eigentlich? Plasma-Orangensaft. Dann gehen wir mal bitte dort drei Überstunden machen. Dann können wir nämlich die Aufgabe abschließen. Und ich glaube, dann kriegen wir sogar ein paar Simulions. Das sollten wir definitiv machen. Los, girl! Ich bin immer noch fertig, Leute, ne? Ich weiß, ich reite da jetzt drauf rum, aber ich bin einfach fertig. Wie kann es sein, dass wir so viel Pech haben, Leute? Es ist die zweite Episode. Und wir werden einfach mal ausgeraubt. Von der Polizei, Leute, von der Polizei. Ich sag's, wie es ist. Die Polizei in dieser Stadt ist so korrupt. Dagegen sind wir gar nichts, ne? River View ist ein verkommenes Pflaster. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Okay, wir brauchen was zu essen. Und wir brauchen eine Dusche. Das ist halt jetzt die... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, hier passieren viel zu viele Dinge. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Herzlichen Glückwunsch. Die gute Leistung von Anna hat ihr einen Bonus von 418 Morions und eine Beförderung eingebracht. Oh mein Gott, das ist sehr, sehr gut. Oh, wir sind jetzt Taschendieben, Leute. Wir sind Taschendieben. Ähm, als Taschendieben steigen zwar deine Einnahmen, aber auch das Risiko, erwischt zu werden. So langsam musst du daran arbeiten, dein Chancen zu entkommen zu erhöhen. Dein Chancen zu entkommen zu erhöhen. Ist das ein richtig deutscher Satz? Falls du am Ort des Verbrechens gesehen wirst. Das Leben ist schließlich kein Zuckerstecken. Ich verstehe den Satz nicht, Leute. So langsam musst du daran arbeiten, dein Chancen zu entkommen zu erhöhen. Kann es sein, dass das eine Interaktion oder sowas ist? Athletikfähigkeit verbessern wir auf jeden Fall. Und nein, wir kaufen keinen Gegenstand. Wir klauen. Über 20.000 Simons besitzen. Oh ja. Lass uns mal gucken, dass wir den Wunsch auf jeden Fall hier mit aufnehmen. Eine Gruppe gründen wir nicht. Ähm, ich würde sagen, dass wir diese Wünsche hier unten jetzt erstmal erfüllen, bevor wir die nächsten annehmen. Ja, Glückwunsch, du süße Maus. Du hast es geschafft. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken. Ähm, lass uns mal nochmal zum Sport gehen. Und da eine Dusche nehmen. Und auf Toilette gehen. Äh, was macht sie? Nein. Geh mal bitte vom Handy weg. Bitte keinen Video streamen. Ähm, und dann können wir nämlich gucken, ähm, dass wir da vielleicht noch ein paar neue Leute kennenlernen, die wir, ja, mit denen wir uns befreunden können. Und die wir dann ausnehmen können. Das ist super wichtig. Okidoki. Dann, äh, geh mal bitte hier eine Dusche nehmen. Dann kannst du das hier benutzen. Ich glaube, äh, vielleicht putzen wir doch nochmal die Zähne. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Äh, hier, John, John Lesson. Der sieht doch ganz nett aus mit seinem, äh, mit seinem Kettenhemd hier. Komm, den können wir doch mal ansprechen. Ähm, da, ba, 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 begrüßen. Hallo, John oder John. John hält Anna für unhöflich. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich glaub's ja wohl nicht. Wir wollen freundliche Interaktionen vornehmen. Leute, wer ist das denn? Ah, das ist der Herr. Das ist der eine Polizist. Der Wilde. Wer ist das? Aiden. Wir haben hier noch Nadine. Ah, Nadine Ivanov. Alles klar. Und Roxy. Und wir haben hier Shirley Lynn. Und hier drüben, die Hannah geht total ab, gerade beim Sport. Yuri ist da. Oh, Yuri. Hallo, Yuri, Schatz. Oh. John ist ein Rocker und er ist charismatisch. Aber essen können wir hier trotzdem nicht, ne? Sag mal, können wir ein Auto klauen? Ist das möglich? Okay, wir machen, wir versuchen mit unserem Charme. Anna hat von John drei Simons geschnurrt. Ist das dein Ernst, Anna? Wow. Okay, okay. Lass uns mal gucken, dass wir was Lustiges machen. Weil ich glaube, lustige Interaktionen leveln die Freundschaft ein bisschen schneller. Alles klar. Ich meine, es sieht schon relativ gut aus. Wir sind auf Level... Oh mein Gott. Minus? Wie Minus? Da ist doch kein Minus. Anhören. Was will er denn von uns? Was will er denn von uns? Äh... Mir ist egal, was die anderen sagen. Ich finde, ich heiß. Ja, alles klar. Moment, 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 Moment. Ähm... Einladen an Gespräch teilzunehmen. Weil wenn der uns schon mag, dann dauert das gar nicht so lange, bis wir eine Beziehung mit dem aufgebaut haben, oder? Geht er jetzt etwa? Geh bitte nicht, Aiden. Geh bitte nicht. Ah, jetzt haben wir ein Dreiergespräch. Oh, cool. Die Interaktion kannte ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass das geht in Sims 3 mit der Interaktion. Okay. Ähm, mit der Interaktion kannst du halt mehrere Sims zusammenrufen, wenn man unterhält sich. Das ist ja cool. Einen hohen Betragsschnorren. Lass uns das mal ausprobieren. Gibt er uns was? Er hat uns nichts gegeben. Hat er was zu essen dabei? Oh, zumindest was zu essen gibt er uns. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, was gibt's? Äh, eine Pizza. Ich meine, das ist doch nett von ihm, dass er uns eine Pizza gegeben hat. Das ist sehr, sehr lieb von dir, Aiden. Ähm, könnten wir dann gucken. Unwiderstehlich. Wir zwinkern dann mal. Oh, okay. Oh, nein, nein, dann brechen wir das ab lieber. Ich glaube, er mag das gar nicht. Er mag das nicht. Er mag das nicht. Okay, okay, dann lustig. Eine lustige Interaktion vielleicht. Ich denke, er steht so auf uns. Was ist denn da los? Aiden. Aiden hält Anna für langweilig. Oh, und jetzt für lustig. Alles klar, so schnell geht's. Lass uns mal gucken, wo wohnt er denn? Warte mal. Warte mal. Er heißt doch Jones, oder? No way. Aiden Jones wohnt nicht hier oben im Herrenhaus, oder? Aiden Jones wohnt einfach mal hier im Herrenhaus. Er ist einfach... Er ist einfach der Baron hier. Er ist einfach der reichste Typ hier am Ort. Ich würde mal... Leute, das ist ein Jackpot. Das heißt, wenn wir uns mit dem anfreunden, dann haben wir super viel Möbel, die wir stehlen können da oben aus dem Haus. Okay, das ist... Das ist jetzt... Das ist unsere... Okay. Das ist unsere Mission, Leute. Wir fragen nach der Karriere. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen konzentrieren. Oh no! Geht er jetzt etwa? Geh bitte nicht, Aiden. Bitte bleib hier. Wow, wir passen ihn auf den Klo ab. Alles klar. Okay, lass mal hier gucken. Bitte bleib. Wir tratschen da nochmal. Dann können wir ihn kennenlernen. Komm schon, komm schon. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Mir ist egal, was andere finden die Kassel. Oh ja. Wow, 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 wow. Er findet uns heiß. Er findet uns heiß, Leute. Leute. Oh, Aiden ist auch noch freundlich. Das passt natürlich überhaupt nicht zu uns, wa? Oh wow, hast du schon gehört, dass Yugi Ivanov total pleite ist? Ja, wir haben ihm auch das letzte Geld ausgenommen aus der Tasche, Leute. Yugi ist pleite wegen uns. Aber ich fühle mich nicht schlecht, Leute. Ich fühle mich nicht schlecht. Wir lernen ihn nochmal kennen. Es ist schon ein Uhr. Es ist schon ein Uhr. Wir verraten ihm ein kleines Geheimnis. Wir tratschen nochmal. Attraktivität des Gegenübers können wir nochmal erwähnen. Nochmal kennenlernen. Wir fragen ihn mal, ob er Single ist. Wir fragen, ob er Single ist, Leute. Fragen, ob er im Single ist. Schulische Laufbahn. Sternzeichen Steinbock. Alles klar. Anna findet Aiden Jones einfach nur atemberaubend. 10 von 10. Oh mein Gott. Wir sind schon auf einem sehr, sehr hohen Level mit ihm. Aiden ist ein Stubenhocker. Das ist schon mal vielleicht nicht so gut. Vielleicht können wir uns selber einladen. Oh mein Gott. Unsere Bedürfnisse. Unsere Energie und unser Hunger ist so schlecht. Können wir jetzt vielleicht nach einem Betrag... Oh, er hat eine Beziehung mit Hannah. Hannah. Okay. Er ist... Oh mein Gott. Er ist sogar verheiratet mit ihr. Okay. Das könnte auf jeden Fall schwierig werden, Leute. Er gibt uns wirklich kein Geld. Und das, obwohl er so viel hat. Naja, zumindest 4 Simoleons. Wir sind befreundet, Leute. Wir sind befreundet. Alles klar. Das ist sehr gut. Dann zwinkern wir mal. Oh, er macht mit. Er macht mit, Leute. Er macht mit. Er macht mit. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hast du noch was zu essen, Schatz? Wir haben Hunger. Gib uns bitte was. Ich glaube, hier ist überhaupt keiner mehr. Kann das sein? Oh mein Gott. Es ist 4 Uhr morgens. Er hat uns was gegeben. Was hat er uns gegeben? Instant Nudelgericht. Aber hey, es ist besser als nix. Es ist besser als nix. Komm schon, fahr nach Hause, girl. Wir sind so fertig und so erledigt. Ich kann es euch sagen. Okay, erstmal gehen wir aufs Klo. Erstmal auf Toilette, bitte, süße Maus. Dann Zähne putzen. Und dann gehst du in dein Biberbettchen. Du musst unbedingt schlafen. Ich fand es auch krass, dass wir Juri tatsächlich in den Ruin getrieben haben mit unserem Schnorren. Also, ich meine, praktisch hat er gar kein Geld mehr. Aber wir haben Aiden. Und Aiden wohnt einfach mal im größten Haus, das es hier in der Stadt gibt. Können wir da ganz kurz bitte drüber sprechen, dass der hier in diesem Haus lebt? Ich meine, wie geil ist das bitte? Hier gibt es so viele Möbel, die wir mobben können. Hier laden wir uns auf jeden Fall ein heute Abend. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Vielleicht kocht er auch seine Frau für uns. Das wäre mega nice. Dann haben wir auch was zu essen. Oh Gott, no way. Jetzt ist das auch noch kaputt gegangen. Girl, das ist jetzt erstmal egal. Geh jetzt bitte erstmal ins Bett, weil deine Energie ist so weit unten, dass... Ach, okay, okay. Leute, mit diesem turbulenten Ende würde ich jetzt hier auch einen Cut setzen. Es war wild heute. Es war einfach unglaublich wild. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben, um das zu verdienen. Ich freue mich, dass ihr euch das Video angesehen habt. Danke für die Aufmerksamkeit. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne Kommentare da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das Projekt supportet und auch mich supporten wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder mit unserer Meisterdieb-Challenge. Bis dann. Bye.